So, das nächste Ziel ist dementsprechend hier rechts. Es gibt noch den... Ah, na, 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 den einen Weg, wo man eine Powerbomb brauchte. Relativ weit irgendwo unten. Hier brauchen wir auch eine. Ups. Powerbomb. Powerbomb. Ich hab's raus so langsam. Oh, Raketen. An die ich nicht rankomme, weil ich da irgendwie hoch müsste, was ich nicht kann. So. Das sieht auch wieder verdächtig aus. Nein, das ist eigentlich die ganze Zeit dann da. Komm ich da überhaupt hoch? Nein. Super, wir sind wieder falsch. Gut, dann überlegen wir doch jetzt mal, wir haben Powerbombs. Wo können wir mit Powerbombs weiter? Puh, dich töten, dich töten. Okay, wir gehen mal hier, war das hier, zurück? Ja, das war hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich muss jedes Mal eine Powerbomb nutzen. Ernsthaft. Hätte gern noch so ein paar davon behalten. Ähm, wir gehen hier zurück. Gehen jetzt mal dahin, wo ich meinte, wo ich mich noch an etwas erinnern kann. Das wäre, kann ich jetzt schon die Map... Boah, fahr halt runter. Mensch, Samus. Hallo. Schneller. Was wäre dieser lange, lange, lange Gang da unten? Den ich jetzt erkunden möchte. Wenn ich da irgendwann heute mal stirb, übrigens, bitte. Oder fröstel zumindest. Die Tür auf. Dann... Flitzen wir... Oh nein, wir flitzen nicht. Ich tanze den Tanz eurer Vorfahren. Hallo. Die sind nervig. Die nerven mich gerade echt schon ein wenig. Wenigstens gibt es hier gut Energie zu... Zu viel... Ich tanze doch. Hallo. 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 Stirb. Nein. 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 So. Ähm. Peng. Das komplette Ding hier runter. Runter, 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 runter. Es müsste hier gleich kommen. Ich erinnere mich doch dran. Wo ist das Ganze? Mann. Da. Ähm. So, nämlich. Da rechts hätte ich eine neue Powerbump aufheben können. Das habe ich jetzt leider verpennt. Was ist hier los? Okay. Ich habe Angst, die zu töten, um ehrlich zu sein. Weil ich weiß, dass dann das Licht irgendwie ausgeht. Genau. Wobei, wenn ich sie nur einfriere, scheint noch nichts zu passieren. Aber wenn sie dann aus sind, ist das Licht halt aus. Was haben wir denn hier? Es geht abwärts. Kann ich da rein? Bitte. Nein. Könnte mir da einen Weg hoch... Hätte mir da einen Weg hoch machen können. Aber selbst dann wäre ich nicht weit gekommen. Ähm. Gut, das scheint auch nicht der richtige Weg zu sein. So viel kann man schon mal festhalten. Wo komme ich denn jetzt mit diesem Froststrahl weiter? Was sagt denn die fröhliche, fröhliche Map, wo es jetzt weitergeht? Äh. Da unten. So. Map. Das da links. Könnte noch was sein. Könnten wir noch mal hingehen? So. 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 Peng. Und jetzt den ganzen Weg nach da links. Das Lied hier ist aber toll. Also damit kann ich leben, hier nochmal lang zu müssen bei dem Lied. Ach. Ach. Plötzlich ergibt alles Sinn, warum ich zum Schiff zurückkomme. Ich komme nämlich nur von der anderen Seite dahin. So, volle Energie. Mir fehlt noch eine Powerbomb, dann wäre ich wieder voll voll. Äh, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch. Einmal. Zwei. Halt hier. Dreimal. Viermal. Oh, fuck, 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 fuck. Fugidi, 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 was mache ich hier? Spiel gerade aber auch. Brillant. Dreimal. Viermal. Hoch. Rein. Ich bin so stolz auf mich, das glaubt man gar nicht. Oh, schon wieder durch den Raum. Nein, ich möchte nicht. Ich möchte nicht mit euch. Ich möchte nicht mit euch. Home, 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 home. Wer weiß, vielleicht gibt's hier ja was. Oder ich krieg zumindest mal alle Gegner aus, das räumt. So, perfekt. Hat mir zumindest ein bisschen Zeit erspart. Und dann rauf. Nein. Nein. Alte. Ne, weißt du hier? Was soll sowas? Wir kommen jetzt, wie gesagt, von hier oben. Links rum. Zurück in die ersten Welten. Wir können da bestimmt irgendwas jetzt finden. Ich hab keine Ahnung. Danke. Wir gucken. Denn, wer nicht guckt, der hat schon verloren. Weisheiten mit Mr. Mero. Heute für umsonst. Da rein. Dann. Oh, ich bin so blöd. Ich erinnere mich an noch was, was wir machen könnten. Wie gesagt, so ein bisschen, was weiß ich ja noch. Von, von, vom Gucken. Ähm, mir fallen gerade zwei Dinge ein, jetzt, wo wir die Powerbombs haben. Also eins, wo ich mir sicher bin und dann ganz viel, wo man mal gucken könnte. Ähm. Wir gehen erstmal dahin, wo man gucken könnte. So Map-mäßig. Ob es hier irgendwas gibt. Brinster. Ich glaube, ich will den Rechten mal runtergehen. Ich meine, sie führen ja letztendlich beide zum selben Ziel. War das dann nicht schon hier? Nee. Weiter, 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 weiter. Hier runter. Runter, 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 runter. Ganz weit runter, 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 runter. Runter, 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 rein. So. Ähm. Weil ich mir nicht sicher bin. Was ist das? Ist das richtig? Nein. Ich glaube, es war die andere Tür. Der andere Weg runter. Aber ich kann das gerade nicht so sicher sagen. Ich rate gerade eigentlich ins Blinde. Ins Leere. Blind ins Leere. So rum. Meine Güte. Sprechen ist schwer. Ja. Ich habe hier doch erst die Bombe gekriegt, damit ich hier weiter konnte. Ähm. Dementsprechend rennen wir jetzt einfach hier durch, zerstören alles, was in den Weg kommt. Und gehen weiter. Na. Gegner. Achso. Gegen den Eisbeam könnt ihr dann auch nichts mehr. Ja. Das ist schon doof. Der ist ziemlich kalt. Und dann war das in... Da geht's weiter. Oder war das einfach nur der Raum? Na, das war einfach nur der Raum. So. Aber der eine ist kaputt. Den einen haben wir besiegt. Okay. Sehr schön. Hat sich das auf jeden Fall mal überhaupt nicht gelohnt. Hier, jetzt hin zurückzukommen zum Gucken. Aber was soll's. Als nächstes dann in die Richtung. Das wird ein wahnsinnig spannender Part. Ich weiß. Ich entschuldige mich auch schon mal im Voraus. Fucking get out of my way, you fucking piece of fucking shit fuck. Fuck, 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 fuck. Danke. Wie gesagt, ich erinnere mich daran, wo ich hin will. Ich weiß gerade noch nicht so recht, wie ich da hinkomme. Ich glaube aber, ich bin total falsch. Ich glaube echt, ich bin total falsch. Aber ich glaube auch, dass es hier irgendwo noch eine gelbe Tür gab. Ich weiß auf jeden Fall, dass es hier rechts direkt am Anfang noch was gab. Das sagt mir meine Map-Lesekunst. Mein Map-Skill. Der sagt mir, irgendwas ist hier. Wofür ich renne muss. So. Perfekt. Wir greifen noch ein Item ab, nämlich... Reserve Tank. Sehr schön. Das ist jetzt quasi... More Secrets! Wenn ich voll Energie habe, kann ich quasi, wenn ich weitere Energie auch sammle, diesen Reserve Tank auffüllen. Und das ist dann quasi sowas wie ein Notfall-Energie-Tank, wenn ich kurz vorm Abnippeln bin. So, wie komme ich jetzt hier raus? Das ist jetzt die nächste Frage. Wie komme ich hier raus? Zeige mir den Weg, Powerbomb! Da oben. Noch mehr Geheimnisse. Uh, Geheimnisse, 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 Geheimnisse. Da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba! Gegner von oben. Gegner von allen Seiten. Gegner, Gegner, Gegner. Mehr Items! Jetzt sehen wir's. Auto leuchtet. Sprich, jetzt wird sich dieses Auto-Dingen auffüllen. So. Da geht's runter. Da geht's raus. Das hat sich gelohnt. Und wir haben gekriegt einen Reserve Tank. Wir haben Super-Raketen bekommen und mehr Raketen-Raketen. Das sind also insgesamt eine Menge Raketen. Ich kann mir auch immer noch vorstellen, dass es hier runter geht. Zeig mal her. Yo! Wow! Okay. Dafür muss ich irgendwie alles töten. Da komme ich rein. Wo sind wir hier? Gegner, eklige Gegner. Absolut eklige. Ich hasse euch. Brennt in der Hölle, lasst mich in Frieden oder geht einfach weg. Wo bin ich? Jetzt, E-Tank! Fiese, fiese, fiese Fallen sind fies. Ich will hier lang. So, mehr Raketen. Und damit dann zurück. Ich wüsste aber immer noch gerne, was diese eine braune Tür war. Und ich wüsste auch gerne, wohin es hier unten geht. Deswegen sehen wir uns jetzt hier unten um. Speicherpunkt. Ich habe so das Gefühl, ich sollte hier noch nicht sein. Gerade wegen solchen Fritzen. Aber dann sehe ich, dass die ganz gut eingefrorene Statuen geben. Und denke mir, ja okay, warum nicht? So, mögest du weiter rumfrösteln? Du bist jetzt ein bisschen blöd positioniert von mir. Aber... Stachelnerven! 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 Untertitelung des ZDF, 2020